Konflikte ansprechen und bei der Suche nach Lösungen helfen. Das ist das Ziel der landwirtschaftlichen Lebensberatung. Es ist eine Initiative der Bäuerinnenorganisation. 40 Lebensberaterinnen unterstützen Bäuerinnen und Bauern in Konfliktsituationen. Die Supervisorin Bertha Linter begleitet und unterstützt die Beraterinnen, die anonym bleiben. Ulrike Donner hat mit ihr gesprochen. Egal wie weit der Weg, ihr beginnt mit dem ersten Schritt. Und dieser erste Schritt kann ein Anruf bei der landwirtschaftlichen Lebensberatung sein, wenn jemand ein vertrautes Gespräch und eine Begleitung in schwierigen Lebenslagen sucht. Das zur Sprache bringen ist jedoch für die Menschen am Hof nicht so einfach, meint Bertha Linter, Supervisorin der landwirtschaftlichen Lebensberater. Für viele Menschen dürfte es deshalb schwierig sein, weil unsere Kultur davon ausgeht, dass man mit Schwierigkeiten selber fertig wird, dass man nicht nach außen sagt, was einem bedrückt, dass man auf sich selbst gestellt, das Leben meistert. Reden statt aushalten ist aber wichtig und dabei helfen die landwirtschaftlichen Lebensberater. Sie kommen aus der bäuerlichen Welt, bringen Erfahrungen mit und arbeiten ehrenamtlich. Die Problemfelder, die in der landwirtschaftlichen Lebensberatung angesprochen werden, sind sehr breit gefächert und entstehen heute sehr oft durch das unterschiedliche Rollenverständnis zwischen Mann und Frau. Eines der wichtigsten Themen der Beratungsarbeit ist die Hofübergabe mit all ihren verschiedenen Aspekten. Wir nehmen das oft so als selbstverständlich hin, dass beispielsweise die Bäuerin, wenn sie zur Altbäuerin wird, ihre Rolle wechselt. Dass der Bauer, der den Hof übernimmt, selbstverständlich wüsste, wie er mit seinem Vater, dem Altbauern, das Verhältnis regelt. Dem ist aber nicht so. Oft ist vieles gedacht, aber nicht gesagt und auch nicht geschrieben. Neben Generationsstreitigkeiten, Partnerschaftskrisen, gibt es noch weitere Problemfelder, die zur Sprache kommen, wie zum Beispiel die Spielsucht oder andere Abhängigkeiten von Suchtmitteln oder die Verschuldung. Ein anderes Thema, das auf dem Hof immer aktueller wird, ist die Frage der finanziellen Sicherung der Existenz. Da geht es um das Abwägen von Traditionen beibehalten oder neue Erwerbszweige erschließen, neue Tätigkeiten aufnehmen. Und weil wir Menschen so gebaut sind, dass wir immer wieder etwas Neues anfangen und das Alte nicht aufgeben, endet das oft in der totalen Überlastung. Für Bertha Linter ist es ganz klar, dass ein Hof nur eine gute Zukunft hat, wenn er partnerschaftlich geführt wird. Das heißt, dass die unterschiedlichen Themen am Hof gemeinsam besprochen und ausgehandelt werden müssen. Die landwirtschaftlichen Lebensberater helfen dabei und oft genügt auch einfach nur das Zuhören, so Bertha Linter. Dann geht es auch oft ganz praktisch darum, Analysen zu machen. Was sind die Einnahmen? Was sind die Ausgaben? Welche Verhältnismäßigkeit besteht zwischen diesen beiden Posten? Was rentiert sich? Und was ist vielleicht gescheiter auch sein zu lassen, weil es sich wirklich nicht mehr rentiert? Oder die Frage, wo kann ich mir entsprechende Beratung holen? Die bäuerliche Welt hat viele Fachdienste, aber Bauern wissen oft nicht genau darüber Bescheid. Und die Lebensberatung sind da schon Profis, die unseren Ratssuchenden sagen können, wer ihnen zu welcher Lebenslage eine Unterstützung bieten kann. Die Bereitschaft der Menschen am Hof, sich Hilfe zu holen, wächst. Und das ist für Supervisorin Bertha Linter eine sehr gute Entwicklung. Ein wichtiges Ziel der landwirtschaftlichen Lebensberatung ist es, die Menschen am Hof zu motivieren, frühzeitig ihre Probleme anzugehen. Ein Sprichwort sagt, kleine Kinder kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen. Mit den Konflikten ist es ganz ähnlich. Kleine Konflikte lassen sich meistens mit wenig Aufwand und mit wenig Hilfe bewältigen. Wenn die Konflikte so groß geworden sind, dass es unter Umständen totale Verhärtung gibt, dann ist es wesentlich schwieriger. Deshalb die Einladung an alle, kleine Konflikte wahrzunehmen und dafür eine Lösung zu suchen. Detaillierte Informationen zur landwirtschaftlichen Lebensberatung finden Sie übrigens auf der Webseite der Südtiroler Bäuerinnenorganisation.